Sie sagen, Ihr Vater wurde ja angeworben. Er kam dann auch schon 1966 nach Deutschland. Richtig. Irgendwann hieß es auch für die Familie, wir kommen nach. Wie kam es dazu? Es gab ja auch noch einen kurzen Zwischenstopp. Ja, also mein Vater wurde natürlich, Deutschland hat Gastarbeiter gebraucht nach der wirtschaftlichen Aufschwung, nach dem Krieg. Und dann kam ein Anwerberabkommen mit der Türkei. Wir haben hier letztes Jahr 50 Jahre gefeiert. Und in diesem Anlass hat mein Vater das mitbekommen und hat sich dann auch in seiner Stadt beworben. Und dann wurde er dann von einer deutschen Firma, die in Ankara ein Anwerberbüro gehabt hat, eingeladen. Und er ist dann dahin und hat sich dann eben vorgestellt. Und er wurde dann vertraglich angeworben. Und dann kam er 1966 nach Deutschland, Niederoden, damals der Stadtteil. Es gab ja diese Dörfer und der ist dann als Maurer angeworben worden. Und da kam er dann hin und arbeitete mit über 200 türkischen Gastarbeitern samt Bauarbeiter, Maurer. Und da sollte ein Stadtteil entstehen von der Firma Baugülde aus. Und die Firma Baugülde hat hauptsächlich auch viele türkische Männer als Gastarbeiter angeworben. Und die wohnten dann in so einem Männerheim. In diesem Männerheim lebten sie in einem Raum mit bis zu sechs Männern in einem Raum. Und es gab Gemeinschaftsküche. Also ich sage jetzt von Erzählungen. Und ich habe dann auch später, als ich nach Deutschland kam, hin und wieder dann die Freunde von meinem Vater dann besucht. Daher, also kenne ich auch die Männerheimer. Bis in die 80er Jahre gab es die. Ja, das war so die Geschichte, wie er angeworben wurde. Und die Familie sollte 69 nachkommen. Wie war das? Sie hatten ja auch viele Geschwister. Richtig. Also 69 hat mein Vater dann irgendwann gemerkt. Ja, solange er von der Familie getrennt. Er hat irgendwie spontan entschieden, dass wir dann nachkommen sollen. Er hat in der Stadt, wo wir, wo er gewohnt hat, eine Wohnung gefunden und die Wohnung gemietet. Und dann kam der nach in die Türkei und wollte uns nach Deutschland mitnehmen. Ich kann mich da so ganz, also wenig daran erinnern, an diese ganzen Geschehnisse. Da war ich ja sieben Jahre alt. Aber ich hatte selber so als Kind gar nicht so, weil im Dorf war das Leben für mich ja schön, ja. Dorfleben und so und in die Fremde. Aber dennoch wurde entschieden. Dann kamen wir mit einem Zug von Erzurum bis Istanbul. Der ja fast, so wie ich erinnern kann, drei Jahre, drei Tage dauerte. Drei Tage mit dem Zug gefahren. Und dann sind wir noch ein paar Tage in Istanbul geblieben. Natürlich war das alles neu für uns aus dem Dorf raus. Und dann das Meer erst einmal gesehen. Und wir bleiben, sind dann ein paar Tage im Hotel in Istanbul geblieben, haben uns bis das nächste Zug von Istanbul aus nach Deutschland fahren sollte. Damals war ja so. Und da haben wir uns immer diese Stadt angeguckt. Das waren die tollsten Erinnerungen. Das Meer und die ganzen Dampfschiffe und die ganzen großen Moscheen. Das waren für ein Kind, der noch nie in so einer Großstadt war, schon mal ein Kulturschockerlebnis oder Schock. Weil damals gab es ja auch keinen Fernseher in der Türkei schon, aber nicht in den Dörfern. Also 1969, Fernseher, elektrisches Licht gab es in einigen Häusern, aber jetzt nicht generell im ganzen Dorf, aber Fernsehen gab es nicht. Man hörte alles vom Radio. Und dann plötzlich sind wir auf dem Weg nach Almanya, also nach Deutschland. Natürlich hörte man auch vieles Positives von Deutschen aus der Geschichte heraus, weil Deutschland und Türkei waren ja, weiß ich natürlich jetzt, immer verbundeter und hatten sich nie irgendwie in den Zeiten, wo die Völker und Staaten, Länder sich immer irgendwie Feindbilder gehabt haben. Deutschland und Türkei waren immer auch in Kaiserzeiten immer verbundeter. Deswegen war das auch in den Volkserzählungen Positives von Deutschland. Und wir kamen dann eben auch nochmal drei, vielleicht war es auch vier Tage mit dem Zug nach Deutschland. Und in München sind wir dann umgestiegen nach Frankfurt und irgendwie, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wie wir von Frankfurt nach Rotkau gekommen sind. Vielleicht wurden wir abgeholt von einem Freund oder so von meinem Vater. Da kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber dieser Stadtteil, wo wir damals gewohnt haben, am ersten Tag, wo wir dann aus diesem Zug nach Dudenhofen, das ist der Nachbarort, wohnte eine türkische Familie und mein Vater hat, weil wir so spät gekommen sind, sind wir nicht in unsere neue Wohnung, sondern die Leute hatten für uns gekocht und so. Und dann waren wir da und das war so ähnlich wie so ein Fachwerkhaus, so ein Bauernhaus. Und in der Nacht wollte ich auf Toilette und meine Mutter hat gesagt, nein, das kannst du nicht, hier gibt es keine Toilette, die ist draußen und so. Und wir waren das natürlich gewohnt aus dem Dorf, weil bei uns gab es ja auch die Toiletten im Flur. Also wir hatten auch so einen großen Hof gehabt, wo die Onkels Haus und Omas Haus und unser Haus im Dorf. Also das war so dieses Bauern-Dorf, weil es war jetzt kein Fachwerkhaus im Dorf, das war so ein Steinhaus. Aber hier, das war so ein Fachwerkhaus, das mir ja nicht bekannt war, aber diese Art von Hof und alte Leute und so, das war so Dorfstrukturen, war nichts fremd. Am nächsten Tag sind wir dann in unserem Haus gezogen, wo das ein Neubaugebiet war, wo der Vater und seine Freunde in diesem Stadtteil neue Häuser gebaut haben. Daneben gab es einen Spielplatz. Das war ein ganz tolles Erlebnis als Kind, noch nie gesehen. Ein Spielplatz wurde dann, wir haben unsere Spielzeuge selber gebaut. Die Fantasie war natürlich, heute würde man sich wünschen, dass Kinder sowas haben, selber Spielzeuge zu bauen. Aber hier waren die Spielzeuge, teilweise lagen sie schon in einem Sandspielplatz. Die Kinder hatten da hingebracht und manchmal stehen gelassen. Das waren auch Neubürge, also Neubürge im Sinne, waren jetzt nicht die alt gesetzene Dorfbewohner, sondern eine neue, zugesogene Bildungsschicht von Deutschen. Aus dem Flughafen Piloten, das sind Kinder oder neue Lehrer, Ingenieure, es waren belgische Soldaten. Es gab diese Leipziger Ring bei uns in der Straße, wo die Offiziere der Besetzungsarmee lebten. Und das sind Kinder, also es waren dann so Oberschichten. Daneben hat mein Vater zufällig eine Wohnung gefunden, wo er dann uns mitgenommen hat. Und für uns als Kinder war das super. Da hatte ich erst einmal Bagger gesehen, wo man dann richtig, und Autos aus Metall, kleine Autos, und da habe ich das Dorf schon schnell vergessen. Ja. 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 Ja.